Bei der Verwendung von Betonschrauben braucht ihr ein hohes Drehmoment, damit sich die Gewindeflanken in die Bohrlochwandung einschneiden können. Dafür sind solche Akkuschlagschrauber perfekt geeignet. Ein normaler handelsüblicher Akkuschrauber würde ohne Schlag so wie hier funktionieren. Ein Tankenzahlschrauber funktioniert dann, wenn er einen Widerstand bekommt. Und nun hört er, er schlägt in der Drehrichtung, wie wir die Betonschraube eindrehen möchten. Das kleinere Modell kann bis zu 400 Newtonmeter Drehmoment aufbringen. Des Weiteren ist es bürstenlos. Das bedeutet, ihr könnt mit dieser Maschine arbeiten, ohne dass ihr mit erhöhtem Verschleiß bzw. Überhitzung rechnen müsst. Mit dem Einstellungsrad könnt ihr das erforderliche Drehmoment für eure Anwendung einstellen. Des Weiteren seht ihr hier noch Arbeitslichter. Das ermöglicht euch, den Arbeitsraum ein wenig auszuleuchten. Bei der Verwendung von größeren Betonschrauben braucht ihr ein erhöhtes Drehmoment. Dieser hier hat ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmeter. Zudem findet ihr hier unten ein Arbeitslicht und den Gürtelhaken für einen komfortablen Transport. Beide Akkuschlagschrauber-Sets enthalten eine Vielzahl an Zubehör. Dazu gehören verschiedene Stecknüsse und Prüfhülsen. Und außerdem gibt es dazu die passenden Akkusysteme. Gewiss einer der größten Vorteile ist für euch, dass wir Partner des CAS-Systems sind. CAS steht für Cordless Alliance System. Das bedeutet, dass alle Akkus auch mit unterschiedlichen Kapazitäten mit allen CAS-Maschinen und Ladegeräten kompatibel sind. Dies beinhaltet aktuell bereits 140 Elektrogeräte.